Das war nebensächlich, Mann. Die Muskeln haben viel mehr geblutet innerlich. Spannend, Mann. Ein Spannend. Ja! Schön, dass ihr hier seid. Ich habe heute zwei Leute dabei. Einmal Sortis von Yptrasil dabei und Andi Mahner heißt ja. Und wir haben heute was Geiles vor. Wir versuchen mal mit der Vorstellung, wenn jetzt ein Tier uns verfolgt und wir müssen weglaufen, es ist schneller, es springt schneller, alles, es ist einfach ein Vorteil. Wir müssen einen Baum suchen, wo wir schnell hochklettern können, dass wir geschützt sind. Und dann ist die Frage, was für ein Baum ist am besten für uns? Und ich werde euch heute unterschiedliche Baumarten zeigen und wir klettern das, Andi und ich. Und Sortis wird die Moderation machen und erklärt uns, was wir machen müssen. So, die bereiten sich jetzt schon mal ein bisschen vor. Ja, und ich sage euch, ich werde die Bäume aussuchen. Ich werde einen Schwierigkeitsgrad nennen und es gibt noch ein paar Bonuspunkte. Ich denke mal, wir brechen jetzt auf, oder Jungs? Brechen wir auf? Ja, ja. Ich habe jetzt den ersten Baum ausgewählt und zwar den hier. Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, ist mittel. Wer höher kommt, sichert sich dann halt den Punkt für diesen Baum. Wenn man jetzt hier von einem Hund zum Beispiel abhaut, ob dieser Baum eine gute Wahl wäre. Mal gucken, was Sorte es hier mir hier rausgesucht hat. Sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Ja, es ist, wie gesagt, mittlere Schwierigkeit. Ich meine, man hat genug Äste. Man muss aufpassen, dass da kein Morscher dabei ist. So, die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Bin mal gespannt, wie hoch du möchtest. Ich meine, das ist ja schon ein Stück, was er bis jetzt hat. Also ich sage mal, einen wilden Hund, der dich jagt, oder einen Wolf, hast du schon abgehangen. Ja, du kannst ja eine Markierung setzen. Boah, pass bloß auf, wenn du runterfällst, bist du weg. Alter, geht's nicht. Das heißt, Anni müsste auch hier einfach hochkommen und dann haben wir jetzt Gleichstand. Das motiviert doch, dass er ganz oben ist, ne? Das ist kein Aufwärmbaum. Und immer schön langsam bleiben, ne? Jo, Baum geschafft. Oh, Digga, bitte, bitte, Alter. So, und jetzt springe ich von hier unten zum Löwen und mache ihn fertig. Und wie war der Baum? Der Baum war auf jeden Fall für mich von 1 bis 10 eine 3, locker weg. Also für dich untermittel. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich mal gespannt, wie Anni sich schlägt. Du hast auf jeden Fall deinen Punkt, den hast du dir verdient. Vielen Dank. Du kannst anfangen. Jawohl. Let's go. Fall bitte nicht runter. Ja, während er da klettert, im Vorfeld habe ich den beiden gesagt, dass jeder nur einen Versuch hat. Also sobald man am Baum hängt und dann rutscht man wieder runter oder so, ist es vorbei. Oh, er ist ja schon mal gut weit. Die Hälfte hast du schon. Verlass dich immer mehr auf die Hände, dass die was Gutes greifen. Ich will mir Baumklettertipps geben. Vielen Dank. Gleich mein erster Baum heute. Wisst ihr, was ich beim Baumklettern liebe? Free Climbing. Free Climbing ohne Seil erzeugt Emotionen, Adrenalin, das Leben höchstpersönlich. Ja, ja. Also es ist, wie Micha schon sagt, einfach nur mit der Gabel am Ende. Also auf jeden Fall interessant, weil man merkt richtig, der Baum bewegt sich hier oben mit dir. Ja, was ich. Also man wird zur Einheit. Wenn du runterfällst, gibt es Minuspunkte. Jo. Ja, ihr habt es gehört, wenn man runterfällt, gibt es einen Minuspunkt. Es gibt auch einen Pluspunkt, wenn du zum Beispiel keine Hände verwendest, nur die Füße. Du darfst aber auch die Zähne verwenden. Dafür gibt es dann einen Pluspunkt. Jo. Und das war es eigentlich schon. Ansonsten ist jeder auf sich selbst gestellt. Man hat ja nur einen Versuch. Und wie war es da oben? Geil. Wirklich gut. Also man sieht richtig. Das ist so. Krone. Ende. Jetzt präsentiere ich euch beiden und den Zuschauern da draußen den nächsten Baum. Schwierigkeitsstufe. Vorher würde ich sagen, hätte ich nur auf vier eingeschätzt. Michi auf drei. Du? Drei. Drei. Den schätze ich jetzt auf eine sieben ein. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Folgt mir bitte. Den schrägen hier. Ja, das ist der gute Baum. Sehr schräg. Und wenn man hier runterfällt, sollte man vielleicht nicht da reinfallen. Jetzt nur die Frage, ist es ein Vorteil, dass es schräg ist, weil man sich dann besser abwinkeln kann oder nicht? Meine Frage wäre, kann ich den kleinen Baum benutzen, dass ich schon mal den Weg spare und dann von dem Baum zu dem Baum klettern darf? Ja. Okay, dann darfst du das, wenn er ja sagt, weil ich wollte gerade sagen, dann musst du ihn fragen. Okay. Und wenn er damit einverstanden ist, darf er es auch nutzen. Okay. Okay. Ja, ich verstehe. Versuch habe ich aber nur. Das heißt, wenn ich von dort nicht rüberkommen kann. Dann war es das. Dann bin ich am Arsch. Ja. Ich überlege, ich überlege noch, was ich mache. Bleib dran. Von dem zu dem schrägen Baum. Ja, jetzt ist er schon mal auf seinem Nebenbaum schon mal weit oben. Jetzt ist nur die Frage, ob er es schafft, den schrägen zu kommen. So sieht es bei mir aus. Hier geht es runter. Hier muss ich jetzt irgendwie auf diesen Baum kommen. Okay. Jetzt wird es los. Alter. Alter. Ja, hoffentlich kommst du doch wieder runter. Ich bin jetzt hier drauf gekommen. Von dem Baum bin ich dann zu dem Baum gekommen. Sieht fast aus wie eine optische Illusion. Ich muss jetzt eine Markierung machen, dass Andi weiß, wie weit ich hochgekommen bin. So, dass ihr seht, hier habe ich eine Markierung gemacht. Mehrere Blätter in einen Stock gepackt. Mal gucken, ob Andi da hinkommt. Als ob er da liegt. Ne? Ja. Als ob das ein Waldboden wäre, weil alles grün ist. Ja, das ist schon ordentlich. Sehr ordentlich. Das ist schon ordentlich. Die Sache ist, kommt er da heile runter, ne? Ich hoffe es, Micha. Weil das sieht echt hart aus. Vor allem das auf den anderen zurückzukommen. Das ist echt hart. Muss er ja nicht. Ihr glaubt es nicht. Einmal hochkommen. Okay. Aber nochmal die Aufnahmen von hier oben zu machen für euch. Verdammt, man braucht mal Aussage dafür. Okay. Im schlimmsten Teil habe ich geschaut. So, ich war ja da oben. Habe euch ja das gezeigt. Ich weiß, ich muss jetzt da wieder zurück. Ja, Respekt, ne? Respekt. Ich schaff's. Und? War das eine 7, oder? Das war auf jeden Fall eine 7. Auf jeden Fall heftig. Ich musste wirklich, hier, man sieht es hier, die ganze Haut aufgerascht. Ich musste wirklich richtig mit meinem ganzen Körper dafür arbeiten. Nicht mal kurz mit Armen hoch. Ich habe auch schon gedacht, wenn du dich nicht halten kannst und du rutscht, der Oberkörper, ne? Auf jeden Fall eine geile Challenge. Mal gucken, wie weit Andi hochkommt. Dann will ich das auch mal versuchen. Boah, hier ist gerade ein Askel abgebrochen bei Andi. Da, der ganz Schräge hier. Alles gut, Mann? Vor allen Dingen, so was macht ja auch die Moral kaputt, wenn auf einmal unter dir ein Astrich bricht. Dann bist du erst mal voll im Rausch. Gucken, wie er damit umgeht jetzt. Boah, what the fuck is das? Alter. Du bist gleich festzuhalten wie ein Berserker, ne? Boah, das sieht doch stressig aus. Das sieht richtig scheiße aus, da. Was ist vor jetzt? Ich will überlegen, ob ich den Punkt abgebe. Ja, ja. Weil ich, das hier rauf, hier rüber, ist wirklich kein Problem. Ohne Scheiße, ich kann hier, ich bleibe ich an dem Ast, guck mal wie nah. Ja, was ich mache. Ich bin hier. Das Runterkommen ist das Problem. Das ist richtig krank, das Runterkommen. Das sehe ich. Kommst du locker wieder auf den Baum zurück? Locker, nein. Ah. Das ist echt krass. Ja, sorry Micha. Der Punkt geht an dich. Wuhu. Mein Gefühl ist gerade angekratzt, Alter. Kommen wir zum nächsten Baum. Die beiden. Ihr könnt dort in Kamintechnik, oder wie auch immer ihr wollt, mal was ganz anderes. Vom Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, ist das ein 6 bis 8. Michi fängt wieder an. Kamintechnik, ehrlich gesagt, noch nie so richtig gemacht. Ah, das sieht aber gut aus. Sieht sehr gut aus. Wow, nicht schlecht. Ich bin so erschöpft von den anderen Bäumen. Je nachdem, wie hoch du kommst, ne? Bis jetzt ist es ja noch eine 3. Ah, das ist schon so ein 20 Meter. Minimum. Jetzt nicht abrutschen. Alter. Und jetzt Ausdauerpause. Ich bin jetzt hier, stehe hier gerade und ruhe mich kurz aus. Mal gucken, ob ich jetzt gleich zur Birke von der Buche noch weiter diese Kamintechnik nutze. Oder ob ich auf den hier kletter oder an hier hoch. Der Baum ist auf jeden Fall einfacher, was das angeht, was er vorhatte. Perfekt. Alter, schwel. Da wird dir schlecht, Alter. Da wird dir schlecht. Boah, ist das widerlich. Alter, ist der hoch. Boah. Ihr seht, wo ich bin. Und genau hier höre ich auf. Ja, gut. Reicht aber. Ja. Egal, was passiert, lass nicht los. Dann lass lieber deinen Oberkörper zerkratzen. Alter. Ja, Michael, du kannst springen. Mal gucken, ob ich den Punkt holen kann. Du weißt ja, jetzt wie weiter gekommen ist, musst du nur ein bisschen toppen. Um 10 Zentimeter. Ohrlicher Herzschlag. Du siehst wirklich das Herz richtig pulsieren. Eine 8. Ich wollte gerade fragen, war es eine 6 oder eine 8? Eine 8. Aber du kannst es auch zu einer 6 machen, bis hier vorne, ne? Ja. Bis hier vorne, ja. Aber da oben ist heftig. Aber das ist schon, das ist extrem gewesen. Der Löwe würde mich nicht bekommen, ja. Am Anfang. Ich bin sehr langsam von oben, äh, von unten nach oben gekommen. Ich sag mal der Wolf. Ja. Aber gut, mein Gott. Wir zeigen ja euch, wie man, wie man Bäume auch irgendwie generell hochkommen könnte, ne? Ja. Das war jetzt, wie gesagt, die Kaminentechnik. Das hab ich mir auch gedacht, dass man das vielleicht auch nochmal zeigt. Ja. Und das hast du richtig gut gemacht. Richtig, ich kenne das nur vom, ähm, Bergwilds. Let's go. Jetzt nicht loslassen. Dann ist es vorbei. Bisschen Motivation hier. Ja, hab ich mir auch gedacht. Von Intuition, Vertrauen. Hab ich mir auch gedacht. Hab ich mir auch gedacht. Ja, hab ich mir auch gedacht. Komm, Mann, beiß durch. Ich hab die Hände gemacht. Dann klammer dich an den Birkenbaum und kletter erstmal mit dem Birkenbaum normal hoch. Also, du musst dich 45 Grad jetzt nach da ziehen und damit du dich dann wieder nach 45 Grad nach da spannen kannst. Mit den Beinen spannen. Ja. Zieh dich jetzt hoch 45 Grad. Fuck, Alter. Scheiße. Du hast noch nicht den Boden berührt. Komm. Versuch irgendwie, dich da zu entspannen an den Beinen. Entspannen. Entspannen. Komm, was du denn? Das sieht auf jeden Fall aus. Das sieht sehr gemütlich aus. Ey, Digga, Alter. Fuck. Ah. Okay, Mann. Leider nicht geschafft. Was zur Hölle. Ey, jetzt muss ich Großmolz probieren, Alter. Mein Rücken ist fram ab. Oh, Sortis probiert es auch aus. Geil. Ja, ich bin verkrampft. Ich hoffe, das klappt mit dem Rücken. Bei dir sah das aus, als ob die Schuhe an echt ... Irgendwie schon, ja. Ich hab das in Noah Pfannen Sortis irgendwie gelernt. Der hat mir das mal irgendwann mal gezeigt, aber ich hab's noch nie ausprobiert. Der Ast. Der Ast ist abgebrochen. Ja. Jetzt hab ich hier auch schon ein paar Knutscher. Und das nur von einmal kurz klettern. Es ist schwierig, wenn du diese Froschtechnik und so mit der Kamin-Technik verbindest, dann geht's. Aber macht man die mal? Er hier, der macht die ja jeden Tag. Ich glaub, im Prinzip ist das ein 8 von 10 tatsächlich, wenn man das drauf hat. Weil ich hab diese Froschtechnik nicht so gut wie mich ja drauf. Ja, ist heftig. Und die Kamin-Technik hab ich noch nie in mein Leben ausprobiert. So richtig. Ich hab, ja gut, ich hab da mal so ein paar Spaß-Experimente gemacht. Also richtig damit hochgeklettert bin ich nicht. Deswegen würde ich sagen, Muskel, also rein von der Muskelkraft her ist es eine 8 von 10. Vielleicht sogar 9. Klar, ich hab jetzt verkackt am Anfang. Aber wenn ich jetzt diese Technik etwas trainieren würde, würde ich das natürlich schaffen. Aber immer noch mit einer großen Anstrengung. Also es ist... Ja, ist ordentlich. Ist eine gute Herausforderung. Ja, kommen wir zum nächsten und zum letzten Baum. Ich hab ja bis jetzt immer geguckt, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Das da. Ganz dünn und schmal. Wer kommt höher? Andi oder Michi? Der erste Kandidat ist bereit. Michi, der Meister der Kamintechnik. Der Kamin hilft mir aber jetzt da nicht mehr. Nee. Ich glaub, ich nenn mich ja The Great Frog King. Der großartige Froschkönig. Aber interessant. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das glaubt, ob ich wirklich ganz oben die Baumkrone schaffe. Wenn ja, schreibt einfach Ja, wir glauben das. Oder Nein, du schaffst es wahrscheinlich nicht ganz oben. Seid auf jeden Fall fair und nicht jetzt hier mogeln, erst mal zu Ende gucken. Macht mal wirklich, was denkt ihr, schafft er das? Also wirklich, guckt euch das an. Dieses dünne Ding. Sortis hat erst mal was rausgesucht. Ich mein, der will uns ja wirklich richtig an den Grenzen bringen. Ich sag, er kommt bis da zum toten Ast. Weil das ist schon ne Meisterleistung. Okay, let's do it. Let's go. Jetzt bist du da, wo ich getippt hab. Fuck. Das kostet richtig Kraft. Ausdauerpause. Verlass dich nicht so sehr auf den toten Ast da. Weiter. Ich geh weiter. Ja, macht weiter, ja. Höller. Also das sind jetzt schon zirka zehn Meter. Okay, hier hör ich auf. Was habt ihr in die kommentaren geschrieben? Ich hab's leider nicht geschafft, ganz nach oben. Ich bin fertig, das zu machen, schon mit den Händen. Ich hab diesen Tau, ich spür den nicht mehr. Aber so tief bin ich. Wie ihr schon gehört habt, mehr kann ich nicht mehr. Ich geh runter. Bis zum nächsten Mal. Ich bin kaum. Der Wadi ist dran. Bereit? Hast du die Froschtech? Nein, ich darf hier nicht machen, ich brauch hier jetzt. Fuck. Fuck. Jetzt kommt das Tier aus dir raus. Komm. Das ist wirklich einfach. Nur eine Wand. Gah. Ich verkrüppel dir. Willst du was ja machen? Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Du kommst dir vor, als ob du vor der Wand bist. Du hast nichts außer deine Körperspannung. Nichts. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Ordentlich. Das war eine 8 von 10. Also wirklich bis nach ganz oben schafft. Das ist wahrscheinlich dann sogar eine 9. Wobei es oben mehr Äste gibt. Schwierig zu sagen. Das kann halt nur der sagen, der es geschafft hat. Ja. Kommen wir mal zum Ende. Tja Leute. Das war es von dem Video. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, alle ordentlich was geschafft. Ja. Ich hoffe, dass ihr was raus gelernt habt auch. Was für Strategien es gibt eigentlich, einen Baum einfach zu besteigen. Auf jeden Fall sehr geil eigentlich. Vielleicht hat euch das ja auch ein bisschen ermutigt, selbst einfach mal wieder in den Wald zu gehen, ein bisschen klettern. Vielleicht auch was mit mehr Ästen. Ja, wir haben aber trotzdem einen Gewinner. Hut ab an Micha. Micha. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Vier Punkte. Vielen Dank, ja. Zu einem Punkt. Hast du dir verdient. Dankeschön, dass ihr dabei wart auch. Für die Zuschauer auch schön, dass ihr da wart bis jetzt. Ja, vielen Dank, dass ihr das anguckt. Das unterstützt uns einfach alle. Wenn ihr mal Bock habt, vielleicht kann man sich ja mal treffen. Ja, auch gut. Ich verlinke die beiden hier unten in der Beschreibung, auch hier oben. Ja. Macht es gut. Es war wunderschön. Bleibt gesund. Grüß Gott. Holzspitzhacke. Das ist auch so, ich muss voll am Minecraft denken. Das ist ein Block von Minecraft. So, jetzt kommen noch Buchäckern rein. Zuguddeln. Verkackt. Hinter den Kulissen, ne? Ja, muss ich zugeben, das hättest drauf. Ja, hat er auch. Wenn ich mich die ganze Zeit hochziehen kann. Das war ja auch das Schlimmste. Und dann merke ich noch, das Problem war, ich bin in der Kamintechnik, drück mich so ran und dann merke ich es hinten so, wie es sticht, Alter. Ich so, pfff. Das war richtig. Ja, das war nervig, Alter. Aber trotzdem, das hat nichts damit zu tun. Ich hätt selbst einen halben Rücken wahrscheinlich. Fah. Ich schau. Ich schau.